Ja, moin, mein Name ist Martin, bin 30 Jahre, spiele beim SC Osterbeek und hier meine drei Tops. Da fangen wir mit unserem Team definitiv an. Uwe Brandt auf Platz 1, der spielt ihren Knoten in die Beine und schafft es danach noch mit dem Knoten dicht zu dunneln. Auf Platz 2, Mike Stiegler, der nach 52 Minuten gefühlt anfängt mit dem Kopf zu wackeln, weil er nicht mehr kann und trotzdem zwei Spiele a 120 Minuten durchspielen kann. Und auf Platz 3, Tugay Savrim, der sich vor dem Spiel einen Döner, einen Grillkäse und eine Sucukwurst reinknallt und trotzdem das ganze Spiel durchfightet. Ja, das war's von mir. Viel Spaß noch!